Wie ist Conquest? Mit dem Behinderten-Planck! Mit Centus! Und dem Püppchen! Ja... Das Püppchen kann ich grad nicht aktivieren. Ich bin verreckt. Ich hab grad schon wieder Angst bekommen. Man soll's doch verrecken, also. Hui! Oh, wie lange ich das nicht mehr gespielt hab, ne? Ja, ja. Hast du den dritten Teil ja gezockt, ne? Na, hab ich nicht, oh. Nein, du doch nicht. Habe ich noch keinen neuen Rekord aufgestellt bisher. Nee. Ja, trotzdem hast du deinen letzten Rekord schon geknackt. Ja. 20 Minuten. Obwohl ich ein guter Mann bin. Du bist aber nur behindert, das ist alles. Hahaha. 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 Ne? Ach ja, da waren die Zahlen. Ja. Waren's die? Wow. Ich glaub ich hab ein bisschen zu lange gepennt. Uah. Noch nur ein bisschen zu lange. Oh nein. Nein. Hast du nicht. Komm verreckt doch mal endlich. Arschgeige. Hehehe. Hehehe. Hier riecht's nach. Hier riecht's nach safe. Ja. Ja. Gut ist das. Gut ist das. Kann Quatsch sein. Ich hab voll Angst. Gerade zu sp... Abschalte. Neu, 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 neu. Ich hab kein Bock, dass Püppchen bei mir aktiviert wird. Achso. Na solange das nur bei mir aktiviert ist, ist ja egal, ne. Ja. Wahr ich nicht. Uh? Äh. Aha. Auch gut. Du hast grad das gleiche gesehen, ne? Ja, ja. Zack, weg war sie mit einmal. Die Speed genommen ist, wie musste sie ganz schnell rüberspringen eben. Oder nicht? Ich weiß es grad nicht. Nein? Was kommt jetzt nachher? Ah. Hallo, beim letzten Mal aber auch zuerst die linke Seite, du Vollidiot. Nee. Doch. Blöder Kackaffe. Knallfotze. Und jetzt hoch, hoch, hoch. Und jetzt getroffen werden. Jetzt getroffen werden. Getroffen werden. Getroffen werden. Komm, komm. Alter. Ah, du wirst trotzdem wieder getroffen. Komm. Und getroffen werden. Ja, jetzt wirst du getroffen. Getroffen, getroffen, jetzt. Alter, was ist denn los? Wann komm ich denn da nicht hin? Ja, keine Ahnung. Schlecht bin ich heute. Schlecht? Ja, das stimmt. Das Turbo-Püppchen. Hallo. Ich hab mal ne Kontrolleinstellung eben gemacht, aber irgendwie. Ja. Musst du mit Tastatur spielen. Sollte ich mal ins Bild klicken, ne? Hä? Ich will mich verarschen. Ja. Voll merkwürdig grad. Oh, Chapter Gupta. Sorry, Leute. Das macht er extra, weißt du? Er streckt nur den Content. Äh, ich... Ich hab die Einstellung ja sogar richtig. Sieht man ja auch. Hm. Komisch. Aha. Keine Ahnung, was das war. Komisch. Fab Fab Level. Fick dich. Achja, da war ja... Zentus stirbt schnell an diesem Level. Apa, wieder eine geile Soundkulisse. Wow. Bist mutig. Ja, bin ich das? Wieso? Ey. Tschüss. Genauso wie du ihn aufnimmst. Ja. Weil das hat sich jetzt richtig gelohnt. Ja. Ich weiß. Aber da kommt man eigentlich nur zu der Bonuskiste. Ja? Ja. Tod. Ich bin so schlecht. War aber klar. Tod again. Sag doch einfach nur Tod again. Ich bin tot. Und du bist tot. Ne, ich hab auch nur noch ein Leben. Ne, sogar zwei. Achja. Blöde Biene. Ja, Leute. Das ist Flash. Oh nein. Ich hab gar nicht das Männchen gedruckt. Wollte ich grad sagen. Eigentlich sagt immer, er will was machen und dann verpeilt der Idiot das. Ja, ich... Ich weiß auch nicht. Irgendwie verpeile ich heute alles. Wieso heute? Ich weiß es auch nicht. Heute ist ein Verpeiltag für mich. Ein schlechten Tag heute oder was? Ja, heute habe ich einen schlechten Tag. Wo alles sonst gut lief. Eine Mine Magamos, fang den Seemann aus dem Floß. Und Flash steckt sich die Finger in den Po. Und du bist aber so froh. Und mach... Ich war drüben. Nein, warst du nicht. Toll, jetzt... Toll. Jetzt bin ich Affenragu. Der hat dich noch mal zackfleischt. Haha. Der hat Affenragu was mich gemacht. Haha. 4 Leben hab ich eigentlich noch. 5. Guck mal, du hast 66 Bananen und 6 Leben. 66 Bananen und 5 Leben. Ich war da so richtig drauf. Hä? Tipptopp läuft schon wieder gut. Ja. Ich mag das aber eh nicht. Was soll ich denn sagen? Ich glaub, Flash ist aber eh wieder schneller durch als ich. Aber bei dem Level, was du hattest? Nein. Man generell wieder schneller beim Boss, bevor ich irgendwo weiterkomme. Nee. Ich glaub, heute ist irgendwie... Not my day. Not my day, Zendos. Heute ist not my day. Warte mal. Oh. Du hast ja eine Pozzelan-laden. Oh. Pozzelan-laden. Pozzelan-laden, ja. Pozzelan-laden. 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 Lahn. Lahn-kabel-laden. Lahn. Lahn-laden. Lahn-laden. Lahn. 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 Ist da mal rüber gedrückt. Ja! Nein. Nieaa. Ert das, erht kein Mensch hier gemacht. Und wieso die Leute so... Und wie so, die Leute sollen sich doch ein W-Lan kaufen oder nicht? Naja. Komm stirb. Komm die meisten Leute, fallen auch eh drauf rein. Also. Ja wie tu. Ne. Inwie�' heute... Irgendwie ist heute. Irgendwie ist heute ein Wurm in diesem Spiel drinnen. hab ich in dem level so so den 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 centus ist tot was alles sagt ja alles da kommst du nur mit dem fassen mit dem unendlichkeitsfass aber nicht so aus die eine stelle da kommst du nur damit hin zum hauen mein letztes leben der erste folge schon vorbei habe ich ohne keine ungefähr eine minute ist die folge zu ändern wir haben noch nichts geschafft das ist ja nix das dauert erst wieder zehn folgen nur kurz geleckt wie bestimmt nicht zehn level davor geht doch noch du hattest doch noch gespeichert feuer das weiß ich nicht zur not lade ich nein da hast du wieder zwei leben mehr ja und und du bist nicht du bist tot schaffst du das schaffst du nicht wechseln das schaffst du ich wollte ja nicht wechseln das schaffst du ich habe ich habe noch nicht mal so gedrückt gehabt vor allem das war ja die scheiße adolfmann die machen doch nix mir doch egal und sterben hast recht aber nicht ich mein doch du ich hab doch nicht doch die zweite folge fing genauso gut an ja